Mit dem Windows 10 Evergreen Service von Computer Center nutzen Sie ganz einfach die Vorteile jedes Windows-Updates und verlieren nie den Microsoft-Support. Evergreen bedeutet, technisch immer up-to-date zu sein. Nicht einfach, wenn alle sechs Monate ein neues Release erscheint. Das geht nur mit einem pragmatischen Ansatz. Deshalb haben wir in Prozesse und Tools investiert, die diese Releases schnellstmöglich bereitstellen und Risiken optimal managen. Um so viel Arbeit wie möglich zu automatisieren, basiert unser Service auf Analyse-Software und einem Orchestrierungstool. Erster Schritt, unser Feature Advisory, das wir schon wenige Wochen nach dem Release-Datum bereitstellen. Wir erstellen für Sie einen Detailbericht über die aktualisierten Features und deren Auswirkungen auf Ihre Infrastruktur. Außerdem sprechen wir Empfehlungen für oder gegen eine Implementierung aus und testen jedes Release mit 100 Standard-Anwendungen. Zusammen mit unseren Informationen der Hardware- und Softwareanbieter plus der Erfahrung aus anderen Kundenprojekten können wir so die Auswirkungen auf Ihr Business abschätzen. Anschließend ermittelt unsere Analyse-Suite die Kernanwendungen Ihres Unternehmens und unsere automatisierte Testumgebung überprüft die grundlegende Betriebsreife des Release. Parallel kümmern wir uns um eine zeitnahe Durchführung der Benutzerakzeptanz-Tests inklusive Reporting. Alle Tests konzentrieren sich auf die Anwendungen mit den größten geschäftlichen Auswirkungen bei einer Implementierung. Im nächsten Schritt folgen Tests in der Live-Umgebung, die Super-User-Tests. Unsere Analyse-Tools ermitteln die Benutzer, die sich am besten als Super-User eignen. Wichtiges Kriterium hierfür ist die regelmäßige Verwendung der zu testenden Anwendungen. Auf diese Weise reduzieren wir das Risiko für Ausfälle während des großflächigen Roll-Outs. Die Super-User arbeiten dabei ganz normal weiter. Sie müssen weder Feedback geben noch spezielle Tests ausführen. Was auf Ihren Geräten geschieht, analysieren unsere Tools im Hintergrund. Ausfälle oder Verhaltensänderungen werden sofort registriert und an unser Support-Team zur Fehlerbehebung weitergeleitet. Anwendungen und Geräte, die die Tests bestehen, werden umgehend markiert. An solche Systeme liefert das Orchestrierungstool die Updates nach unserer Freigabe sofort aus und bietet den betreffenden Anwendern so einen schnellen Zugriff auf die neuen Windows-10-Features. Parallel laufen Implementierung und Tests weiter. Benutzer können das jeweilige Release-Update auch aufschieben, wenn es für sie gerade ungünstig ist. Während des gesamten Release-Zyklus stellen wir ein End-to-End-Service-Management sicher und unser Exception-Management-Team kümmert sich um auftretende Probleme. Außerdem können wir Feature-Updates für Office 365 ProPlus und Hardware-Aktualisierungen im gleichen Release-Zyklus durchführen. Dieser einzigartige, marktführende Service ermöglicht Ihnen eine zügige Implementierung neuer Windows-10-Releases. Durch Automatisierung und Orchestrierung sorgen wir für einen schnellen Zugriff Ihrer Benutzer auf neue Features bei minimaler Arbeitsunterbrechung. Unser gutes Risiko-Management ist Ihre Sicherheit, denn die Expertise von Computer Center stützt sich auf Tests, Anbieterinformationen, Endgeräteanalysen und die Erfahrung aus unzähligen Release-Implementierungen. Mit unserem Windows 10 Evergreen Service sorgen wir dafür, dass Sie die Vorteile von Windows 10 immer optimal nutzen können, mit minimalem Risiko und lückenlosem Support.